Herzlich Willkommen zum FOBA-Talk, der Podcast der Volksbank Lahr. Menschen, Emotionen und viele spannende Themen. Wir sprechen über Motivation und Inspiration. Ganz einfach gesagt, über das, was euch interessiert. Wir haben Lust auf Zukunft und wollen sie mit euch gestalten. Viel Spaß dabei! Unsere stylischen Keramiktassen sind mit dampfendem Kaffee gefüllt. Wir können loslegen, Hashtag FOBA-Talk, die nächste Runde. Heute geht's ans Eingemachte, beziehungsweise wie wir aus unserem Eingemachten ein bisschen mehr machen können. Stichwort Geldanlage. Dazu haben wir ein flottes Duo, bestehend aus Männlein und Weiblein. Anja Färber aus dem Private Banking und Frank Cux, Leiter Private Banking. Frank ist dann quasi dein Boss, oder? So sieht's aus. Frank ist mein Boss. Wenn sich zwei Menschen nach ihrer Arbeitszeit noch hier zum Podcast treffen, zeugt das von einem guten Betriebsklima. Kann man das so sagen? Das haben wir auf alle Fälle in unserem Team. Wir treffen uns durchaus immer mal wieder. Gerne auch vor dem Wochenende auf ein Abschlussbier. Ach, das machen Banker. Ja, das machen wir. Abschlussbier gibt's um wie viel Uhr? Kein Bier vor vier ist klar. Wann macht ihr das? Wir machen's kurz nach 16 Uhr, Schur fix, Freitagnachmittag. Jeden Freitagnachmittag gibt's ein Schur fix. Und dann plauscht man bei einer kleinen Halbe noch ein bisschen über das, was die kommende Woche bringt und was die kommenden Wochen vor allem bringen werden, bringen können. Da kommen wir gleich dazu. Erstmal kurz zu euch beiden als Team. Frank und Anja, wie lange arbeitet ihr schon zusammen? Seit circa neun Jahren ist die Anja bei uns im Team. Und ich bin bei der Volksbank klar schon über 30 Jahre tätig. Also du 30, du neun Jahre und seit neun Jahren arbeitet ihr schon zusammen? Ja. War das damals deine freiwillige Wahl, dass du zu dem gehst? Und es gibt ja auch Hübschere bei euch im Team. Ich kam von einem anderen Institut, gleicher Bereich, und kam da direkt zu Frank ins Team und bin da auch wirklich happy. Hab's auch nie bereut. Fühle mich auch sehr wohl. Bankerin von Geburtstunde an, der beruflichen Geburtstunde an? Gab's damals irgendwie keine Alternativen zum Banking-Business? Also rein von der Figur vom Ausland? Doch, da gab's schon Alternativen. Stur, das wär's auch gewesen eigentlich. Ja, also da waren durchaus noch andere Wünsche, aber das hat sich am Ende herauskristallisiert, weil ich hatte schon immer eine ganz gute Affinität, was den Wertpapierbereich angeht. Und so hat sich das mir dann auch eröffnet. Von der Familie hervorbelastet? Gibt's schon Banker in deiner Familie? Nein, Banker gibt's nicht. Das war mein ureigenes Interesse. Du hattest als Kind schon die dickste Sparsau? Relativ früh mich mit Aktien schon beschäftigt. Jetzt zurück zu Frank, der natürlich auch fabelhaft aussieht. Du bist droht, dass sie keine Sturdes geworden ist, weil wäre sie jetzt am Boden? Genau, wir sind sehr froh, dass die Anja bei uns im Team ist. Oh, danke, danke. Das zeichnet euch auch aus. Wie viele Leute hast du insgesamt bei dir in deinem Team zusammen? Mit Vertriebsassistenz sind wir zwölf Personen im Team Private Banking der Volksbank, klar. Mit großartigen Herausforderungen, auf die wir gleich kommen. Vielleicht noch ein paar Takte zu dir. So ganz schnellen Lebenslauf mit den spannendsten Geschichten, die du nach fünf Bieren erzählst. Meistens wären es sechs Bier, aber ich kann es auch nach fünf Bieren erzählen. Ja, ich bin seit über 30 Jahren bei der Volksbank, klar. Banker war schon immer mein... Also quasi unkündbar mittlerweile. Mit 30 Jahren kriegt dich ja keiner mehr raus. Ach, in der heutigen Zeit werde ich nicht sagen, was unmöglich ist. Aber ich habe noch ein paar Jahre zur Rente, von dem her hoffe ich, dass ich das noch durchziehen kann bei der Volksbank. Und dann ging es weiter beruflich, gleich auch als Banker los oder hast du vor was anderes gemacht? Ich habe wirklich Bankkaufmann gelernt bei der Volksbank, war dann sogenanntes Springer, bin auf den Filialen rumgehopst. Aha, Springer, erklär mal kurz, das kenne ich. So Vertreter in den Filialen, hier ist eine Schwanger, da ist einem schlecht und dann machst du heute Auslandsgeschäft, morgen machst du Kredit und dann bist du wieder am Schalter. Genau, immer so ein bisschen den Notnagel in dem Bereich. Sagst du mal, wo einer ausfällt, da gehen wir hin. Gibt es das heute auch noch, Springer? Habt ihr sowas noch? Ja, haben wir auch noch im Einsatz, da Leute krank werden oder ausfallen, müssen wir natürlich für Ersatz sorgen. Und dann seit 30 Jahren jetzt im Bankergeschäft immer Private Banking, also nach der Springerei oder was hast du da gemacht? Ich habe die klassische Kundenberatungsschiene angenommen, bin auf Filialen gewesen, war Filialeiter in Seelbach. Dann habe ich verschiedene Kurse teilgenommen, Weiterbildungskurse. Dann war die Überlegung, ob ich im Unternehmenskundenbereich reingehe, also im Kreditbereich oder auf die Vermögensschiene. Ich habe mich damals entschieden, auf der Vermögensseite tätig zu werden und bin jetzt mittlerweile schon fast 20 Jahre in dem Bereich tätig. Hätte man dir damals von der Nullzinspolitik der EZB erzählt, wärst du dann auch schon auf der Vermögensseite gegangen? Das ist halt ein Lieberkredite. Mit Sicherheit nicht, sag ich jetzt mal. Früher war das klassische Sparbuch, das deutsche liebste Kind. Ich lege ein, zwei, drei Jahre mein gelbes Sparbuch an, bekomme schon wieder Zinssatzsitzenden, sind vorbei. Aber die Zeiten sind vorbei. Hätte ich mir nie träumen lassen, dass wir irgendwann mal Negativzins über Negativzinsen reden oder verweilen Geld. Also total utopisch. Hätte ich mich niemals träumen lassen. Weil wir es gerade von hatten, Anja, dass es ja schon mal leichter war, auf der Vermögensseite irgendwie eine Performance hinzulegen. Also sprich aus dem Geld mehr zu machen. Ihr werdet jetzt schon ziemlich gefordert. Also dieses Sparbuch, das kannst du ja vergessen mittlerweile. Das kann man komplett vergessen. Man muss auch mit den Kunden zusammen die neuen Wege eröffnen. Es gibt natürlich historisch schon immer die Wertpapieranlage, Kunden, die schon immer ein Aktiendepot hatten. Die, die damit bisher keine Erfahrung hatten, die muss man halt schon Step by Step dahin führen. Und das gelingt uns aber eigentlich ganz gut. Da kann ich mir vorstellen, dass das gar nicht mal so einfach ist. Jemand, der mit Aktien noch nie zu tun hatte. Also ich habe mein Sparbuch und da habe ich vielleicht noch ein paar Krüger an Münzenheim rumgammeln und da vielleicht noch meine Bundesschatzbriefe, was damals alles so Knaller waren. Das ging immer. Wie argumentierst du dann jemandem gegenüber, Aktien, nee und da ist das ganze Geld auf einmal weg? Ja, das sind tatsächlich die Ängste, wo man den Kunden auch abholen muss. Es sind sehr, sehr viele Gespräche. Es ist schön, dass man natürlich über Fondsanlagen kann man durchaus sehr gut breit diversifiziert auch einen Markt abbilden, indem man dann auch schrittweise einsteigen kann, also ratierlich. Und wenn Kunden so wirklich Schritt für Schritt in diese Wertpapierdepots umschichten, dann gewöhnen die sich auch ganz langsam dran. Also man würde jetzt nicht einen Kunde, der keine Affinität bisher hatte, im Wertpapierbereich mit einer Einmalanlage sofort komplett in den Aktienmarkt schicken. Das ist kein guter Rat. Also so ein bisschen was abzwackelt. So ein bisschen und dann ratierlich Monat für Monat, dass er Erfahrung sammelt und da wächst man dann mit den Kunden zusammen schon rein. Aktien wird nachher nochmal ein Thema sein. Insgesamt der Markt, Frank, man sagt ja immer, schlimmer geht immer. Jetzt hat man zuerst schon die Nullzinsen, dann die nervösen Märkte, jetzt noch Corona mit dazu. Wie gehst du damit um? Wir sind Krisen eigentlich gewohnt, wenn man so die Verlaufe anschaut, aber so fett, wie es jetzt kam. Und in dieser kurzen Zeit ist es schon extrem. Was man da sieht, wir schlittern in eine extreme Situation rein. Sollen wir das durch den Coronavirus? Wir erleiden wahrscheinlich die schwerste Rezession nach der Nachkriegszeit. DAX rutscht 40 Punkte nach unten, aber man muss auch dagegen sehen. In letzter Zeit 30 Punkte wieder gestiegen. Also ist schon momentan eine Zeit der Extreme, was wir derzeit erleben. Und deine Einschätzung ist ganz schwierig. Also selbst die Virologen wissen nicht, wo es hingeht. Es ist ja unsere erste Pandemie in dieser Runde. Genau. Keiner hat das vorher gehabt und diese Rezession gab es so auch noch für keinen. Deswegen sind Prognosen sehr, sehr schwierig. Das ist natürlich auf der Anlegerseite wieder schwer, dann auch Vertrauen aufzubauen. Zu sagen, hallo, ich empfehle dir das aus welchen Gründen? Weil es weiß doch keiner momentan, wo es lang geht. Du schon? Es ist schwierig, die Situation vorher zu fragen, aber wir haben so ein Kernszenario. Wir sind optimistisch, was den Markt angeht, aber alles hängt ab, wie lange die Corona-Krise andauert. Wenn es noch mal einen weiteren Schub geben würde, kann es durchaus sein, dass der Aktienmarkt noch mal nach unten abfällt. Wenn man vom deutschen Markt bringt, von DAX, momentan von 11.000 Punkten heute wieder, kann man schon vorstellen, dass man wieder Richtung 9.000 geht. Aber unser Kernszenario ist eigentlich, dass die Börse viel vorweg nimmt. Und das heißt, die Prognosen sind schlecht für dieses Jahr, für 2020. Es wird weitere Unternehmenswarnungen geben, Gewinnwarnungen geben. Aber für das Quartal, letzte Quartal 2020 und die ersten Quartale 2021, haben wir doch Hoffnung, dass sich der Markt erholt, dass es einen Effekt gibt der Erholung. Und das nimmt die Börse momentan viel weg. Wenn man mal eine Zahl nennen möchte, wenn man wirklich am DAX bleiben möchte, gehen wir von da aus, dass Mitte 2021 2021 der nächsten Jahre schon der DAX wieder bei 12.000 Punkten sein könnte. Das heißt, wenn jetzt jemand zu dir kommt, dann sagst du natürlich Aktien jetzt. Oder weil die jetzt ja so weit unten sind. So strikt würde ich das nicht sehen, weil, wie Frank schon gesagt hat, die Kurse haben sich inzwischen schon wieder deutlich gelöst vom Tief, was wir schon gesehen hatten dieses Jahr. Die Unternehmensgewinne sind definitiv nicht mitgelaufen. Klar, es war ein wirtschaftlicher Lockdown weltweit. Wie soll der Ertrag generiert werden, geschweige denn überhaupt ein Gewinn? Das ist natürlich schwierig, wenn die Unternehmensgewinne so auseinanderklaffen zu den Kursentwicklungen. Deshalb, ich denke, dass da schon noch Enttäuschungspotenzial drin ist in den Kursen jetzt, dass wir Rücksetzer sehen werden. Also wenn investiert wird, definitiv schrittweise. Auch bei Einzelaktien, ich habe einen Betrag X, den möchte ich in den Wert anlegen. Würde ich eher raten, man fängt mal an, eine Position aufzubauen. Aber ich würde durchaus sagen, man hält noch Geld zurück, dass man einfach verbilligen kann. Also wenn wir dann tatsächlich wieder noch weitere Rücksetzer sehen, dass man dann schrittweise den Rest noch investiert. Also nicht jetzt alles auf einmal. Wenn man die DAX-Werte anschaut, das ist ja eigentlich schon ein bisschen verkehrt der Welt. Das sind ja DAX-Unternehmen in Deutschland, die sind an der Börse weniger wert, als insgesamt das Firmenvermögen ausmacht. Kommt das irgendwann wieder ins Lot? Oder ist das jetzt dauerhaft so? Schwierig zu sagen bei der Situation. Wie gesagt, man hat so eine Situation noch gar nicht erlebt. Das ist die schlimmste Rezession nach der Nachkriegszeit. Erfahrungswerte haben wir keines. Weiß keiner, wie das ausgeht. Wenn man jetzt das Beispiel nimmt, Lufthansa momentan. Was geht es weiter in der Luftfahrtindustrie, Luftfahrtouristik? Deswegen nochmal zum Glück keine Stewardess geworden. Wir erhoffen natürlich, dass Lufthansa, ich gehe davon aus, dass Lufthansa das ganze Ding überlebt. Aber gestern war ja die Pressekonferenz oder der Vorstandsvorsitzige geäußert. Er kann sich auch eine Insolvenz vorstellen in dem Bereich. Es wird wieder geflogen. Ich bin fest davon überzeugt, es wird sich wieder erholen. Bloß die Frage wann, das ist das große Fragezeichen, was dahinter steht. Deswegen auch zurück nochmal zum Thema Wertpapiere. Anja, dein Platz wird langsam einsteigen. Auch diese Fondsstrategien, die du vorher angesprochen hast. Also, dass man nicht alles auf eine Karte setzt und sich dann dementsprechend abfedert. Alternativen zu Aktien. Oma sagt immer, wenn die Krise kommt, dann musst du Gold im Keller haben. Gold ist aber sackteuer momentan. Ja, extrem teuer. Das sehen wir schon mit der Höchststände. Mit Sicherheit ist Gold eine Beimischung, ein Rohstoff, ein Sachwert als Beimischung, der auch Sinn macht. Ich habe das im Zahn, lang nicht. Ja, das wird nicht ganz lang. Das hängt von der Vermögenssituation ab. Also, man geht davon aus, zwischen sechs und maximal, finde ich, schon sehr viel, bis zehn Prozent des Gesamtvermögens, könnte man schon in Gold anlegen, wenn man das möchte. Es wird ja als sichere Bank von Kunden oft gesehen. Aber trotz allem muss man sehen, Gold bringt keine Rendite. Ja, ich habe keine Zinsen. Der Goldkost, das sieht man jetzt, der schwankt auch extrem. Also, wer jetzt einsteigt, kann dann auch in einem Jahr sein, dass er optisch wenigstens Verlust hat. Gold hat darüber hinaus auch, wird in US-Dollar gehandelt. Also, ich bin auch irgendwo vom Dollar abhängig, werdet er auf, werdet er ab. Das sind alle solche Szenarien, die spielen bei einem Goldinvestment eine Rolle. Die muss man einfach beachten. Macht aber als Beimischung mit Sicherheit durchaus Sinn. Andere Edelmetalle, Silber, Plutonium, ne, Uran. Nein, Plutonium, Silber haben wir auch durchaus Kunden, die das anfragen. Besser Silber als Gold momentan? Kann man jetzt so nicht sehen. Warum nicht auch da eine Mischung aus beiden? Je nachdem. Genau. Was dann besser steht. Das muss ja auch nicht unbedingt physisch hinterlegt sein. Es gibt durchaus auch Papiere, die ich im Depot verwahren kann, die sind physisch hinterlegt. Also, ich habe Gold im Depot, kann Kursgewinne sehr leicht realisieren, indem ich es einfach verkaufe. Ich muss nicht einen Goldbarren zur Bank tragen und sagen, so da, verkauf mal, ich möchte jetzt Geld und Gewinn realisieren. Das liegt einfach im Depot, aber wenn ich es physisch ausgeliefert haben möchte, dann ist es durchaus möglich. Man muss ja bei Frauen grundsätzlich immer fragen, bist du der Gold oder bist du der Silbertyp? Ja, ich bin der Goldtyp. So, aber nicht von der Anlage her. Das war der modische Aspekt. Jetzt sind wir zum Thema Edelmetalle allgemein. Wie läuft das in der Praxis dann ab? Ich habe das tatsächlich mal daheim, ich kaufe mir Gold und Silber und dann gehe ich dann irgendwann mit zum Bäcker. Ne, geht ja nicht, oder? Die Zeit haben wir zu Glück noch nie erlebt, dass man mit Gold wirklich einkaufen muss, zum Beispiel Lebensmittel. Derzeit wird Gold gekauft, sie kriegen das physisch bei uns ausgeliefert. Wobei ich momentan ein bisschen ein Fragezeichen hinten dran machen muss, denn die Nachfrage war sehr groß, was Edelmetalle angeht, gerade sprich Gold, Goldbachen, Goldmünzen. Momentan gibt es Lieferschwierigkeiten sogar in dem Bereich, also Wartezeiten. Wenn Sie jetzt zu uns an den Schalter kommen und sagen, ich möchte mal ein Kilo Gold kaufen, wird es schwierig, das momentan zu liefern. Wartezeiten, drei bis vier Wochen derzeit. Nenn doch gerade mal einen Kilopreis. Was kostet ein Kilo Gold? So bei 50.000 Euro, 51.000 Euro. Dann lieber ein Kilo Kartoffeln auf dem Markt. Also Kilo Gold kann ich mir nicht leisten. Was haben wir jetzt? Aktien, wir haben Gold oder Edelmetalle. Stichwort Euro. Den beutelst du ja auch gerade so ein bisschen. Wo sollen die Euro-Bonds kommen? Die kommen aber doch nicht, weil die einen wollen sie nicht. Der Euro, möglicherweise auch in der Krise, müssen wir tatsächlich Angst um unsere Kohle haben. Da hast du recht. Das spielt schon eine Rolle bei unseren Kundengesprächen, die Angst haben, was passiert bei dem Euro. Verliert er an Wert, überlebt er bei dem Euro. Das sagen wir auch, Diversifikation, verschiedene Währungen beimischen. Das Problem ist ja momentan die hohe Staatsverschuldung, was momentan weltweit mittlerweile herrscht. Hier in Europa, die Ausreise eigentlich Spanien und Italien. Gerade mal Italien, das letzte genannte Land. Mit der hohen Staatsverschuldung derzeit steckt der schweren Krise. Und wird auch die Krise im nächsten Jahr wahrscheinlich nicht überwunden haben. Wenn Kunden kommen zu uns, was passiert mit dem Euro? Ich gehe davon aus, dass der Euro bleibt. Aber wie gesagt, Fragezeichen hinten dran. Aber unser Kernszenario ist, der Euro bleibt. Aber hier gilt auch Diversifikation, andere Währungen beimischen. Wir müssen auch nicht den kleinen Teil in den Schweiz anlegen, in unserem Nachbarland. Schweiz gilt als ein sicheres Land. Sicher, solide Schweizer Uhrwerk. Also auch Beimischung hier im Bereich Währung auf jeden Fall. Einfach ratsam. Also ein bisschen Schweizer Fränklis noch dazu. Schweizer Fränklis zum Beispiel. Wir haben auch eine Anlage bei uns. Das ist eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal der Volksbanken und Reifeisenbanken bei uns in Deutschland. Wir können gern vermitteln zu unserem Privat- oder zu unserem Verbundpartner. Da gibt es sogenannte Swiss Gold Plus. Da wird ein Drittel in Schweizer defensive Aktien angelegt. Ein Drittel in Schweizer Immobilien und festverzinsische Wertpapiere. Und jetzt kommt es ein Drittel in physisches Gold. Also ich kaufe da Gold. Das Gold ist hinterlegt in der Schweizer Bank. Kann man es jederzeit anschauen. Kann man es ausliefern lassen. Als Beimischung sehr interessant. Zur Schweiz ist es ja gar nicht so weit, Anja. Richtig. Kommt das im Gespräch ab und zu mal durch? Es kommt sehr gut an. Also wir haben fast schon einen Rand auf die Anlagen in der Schweiz. Tatsächlich die Euro-Angst, die besteht. Das kann man auch nicht wegdiskutieren. Und da ist es natürlich angenehm, dass über uns, über die vertraute Person, auch Anlagen in der Schweiz abgebildet werden können, die auch sehr, sehr transparent sind. Was Frankrat angesprochen hat, alles drei Sachwerte. Gold ist ein Sachwert. Immobilien sind ein Sachwert und Aktien ebenso. Wir sind der Ansprechpartner. Verwahrt wird es außerhalb Europas, in Schweizer Franken. Es kann auch dort verfügt werden. Ja, das kommt sehr gut an. Und Zürich ist nicht weit weg. Es gibt durchaus Kunden, die tatsächlich ihr Gold auch mal besuchen. Ach, wie schön. Das ist tatsächlich so. Das machst du am Wochenende, ich besuche mein Gold. Besuchsverbot, hallo, Abstand. Nein, jetzt geht das nicht. Es sind wirklich effektive Barren, die effektiv für den eigenen Kunden dann bestimmt und hinterlegt sind. Das ist nichts auf dem Papier, das ist schon wirklich da. Jetzt mal Hand aufs Herz, Immobilien, Stichwort. Anja hat es gerade gesagt, wer irgendwie kann, sollte der jetzt nochmal gucken, dass er irgendwo noch eine Hütte flott macht und ein kleines Apartment kauft. Aber die Preise sind ja auch noch ziemlich hoch und man weiß ja auch nicht, wie sie die Immobilienpreise entwickeln die nächsten Jahre. Also auch da eine Empfehlung zu geben, ist ja auch nicht so ganz ohne. Also hier geht unser alter Rad mischen, nicht alles auf ein Pferd setzen, Diversifikationsvermögen mischen. Und da gehören auch Immobilien dazu. Natürlich sind die Immobilienpreise extrem hoch momentan bei uns, gerade in diesen Ballungsgebieten. Wenn ich da München anschaue, Stuttgart anschaue, auch bei uns hier. Selbst in Laar, ja, hallo. Laar, Freiburg, sehr hohe Immobilienpreise. Ob es nach unten geht, Fragezeichen. Aber natürlich kommt hier auch wieder das Thema Corona-Krise dazu. Zahlen die Mieter noch die Miete? Habe ich hier auch ein Risiko mittlerweile in dem Bereich. Deswegen das Vermögen breit streuen. Es gehören Immobilien dazu. Wie gesagt, Sachwerte, Wertpapiere, aber auch Geldwerte. Wenn jetzt jemand euch braucht, eine Beratung braucht, wie weit geht ihr momentan auf Distanz jetzt in der Krise? Was wir machen, Präsenzgeschäfte, nach wie vor noch, haben es auch immer getan. Natürlich halten wir Abstand, wenn möglich, eineinhalb, zwei Meter. Mundschutz, kein Problem bei uns. Wir entdecken auch einmal Masken aus. Was wir auch haben, sind Diskretionsscheiben, also Scheiben zwischen Berater und Kunde, dass wir hier die Hygienevorschriften einhalten und so gut wie möglich uns absichern, Kunde und Mitarbeiter. Die Volksbank, klar, ist jetzt nicht auf Tauschstation gegangen. Nein, wir sind absolut nicht auf Tauschstation gegangen. Also uns kann man auf allen digitalen Wegen erreichen. Wir können auch face-to-face mit den Kunden sprechen über den Bildschirm. Wir können telefonieren, wir können mailen. Es ist erstaunlich, wie viel auch tatsächlich so jetzt aus der Not heraus abgewickelt werden kann. Was man früher doch immer im Präsenzgespräch, gerade auch mit Unternehmenskunden, da sind wir doch schon sehr, sehr viel auf der Straße auch und fahren zu den Kunden. Es geht jetzt tatsächlich auch so ganz gut. Es wird sich wahrscheinlich auch so manifestieren für die Zukunft, dass man zwar immer noch Präsenzgespräche hat, aber auch diese Kanäle weiterhin nutzt, weil es einfach effizient ist für beide Seiten. Aus deiner Erfahrung heraus, Anja, was sind jetzt momentan tatsächlich die größten Ängste, mit denen Anlegerinnen und Anleger zu dir kommen? Ja, die Ängste natürlich schon mal persönlich. Was ist mit meiner Gesundheit, mit der Gesundheit meiner Familie? Das ist natürlich der Vordergrund. Die meisten waren natürlich in Schockstarre am Anfang des Jahres oder Februar noch, März. Verständlich, weil die Situation gab es weltweit noch nie. Keiner weiß, wie man damit umgehen muss. Langsam löst sich die Schockstarre etwas. Man hat sich neu justiert. Man schaut, wie geht es weiter. Man hat auch die Situation akzeptiert, die jetzt auf uns zukommt. Nicht leicht, aber man muss ja, es geht nicht weg. Und dann kommen schon auch die Ängste in Bezug auf, eben wie wir eben gesprochen hatten, Euro. Oh je, meine Geldanlagen, die sind jetzt um so und so viel Prozent zurückgegangen. Wobei wir da auch im Wertpapierbereich jetzt die Erfahrung tatsächlich haben, die Anlagen, die wirklich sehr gut gestreut sind, auf viele Anlageklassen. Also Rohstoffen, Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Fremdwährungen, die dann noch auch schon in der Vergangenheit ratierlich, sprich monatlich bespart wurden. Da habe ich sogar Depots, die sind jetzt schon wieder im Plus. Also da zeigt sich dem Kunden, der am Anfang tatsächlich auch Ängste hatte, schon, das lohnt sich, diese Diversifizierung vorzunehmen, dieses ratierliche Sparen vorzunehmen. Macht durchaus Sinn, auch jetzt in den schlechten Phasen. Oder, klar, dass das Depot Minus aufweist bei Einmalanlagen, ist klar, aber wenn es gut gemanagt ist, ist es halt nicht bei Minus 30 Prozent, sondern bei Minus 8 oder 9 oder meinetwegen auch 10. Also die Kunden erfahren jetzt natürlich schon, dass es was bringt, wenn es aktiv gemanagt wird. Aus dem, was die Anja gerade gesagt hat, merkt man schon, dass da auch das wieder durchkommt, was bei der Volksbank klar immer ganz weit im Fokus ist, nämlich das Vertrauen zum Kunden und das über viele, viele Jahre. Das kannst du als alter Hase, als alter Kuchsfuchs ja schon sagen. Das kann ich wirklich bestätigen, schwierig, das A und O. Es gibt ja viele Produkte oder viele Banken, die Produkte anbieten, aber das Vertrauensverhältnis spielt die größte Rolle überhaupt. Man muss Vertrauen zum Berater haben. Uns ist ganz wichtig oder mir ist ganz wichtig, dass es keine kurzfristige Beziehung ist, kein schnelles Geschäft machen mit dem Kunden. Wir sagen, lieber Kunde, ich möchte auch noch 10 Jahre in die Augen schauen möchten. Wir möchten zusammen groß merken, wir haben die Verantwortung gemeinsam für dein Vermögen. Und wir möchten wirklich das Beste tun. Wirklich das Beste für den Kunden tun in dem Bereich, dass wir auch wirklich eine langjährige Kundenbeziehung aufbauen und auch halten. Das ist für uns ganz wichtig. Und das heißt bei euch auch in dem Fall, wenn sich jetzt was tut in den nächsten Wochen und Monaten, und es wird sich was tun, dass ihr auch proaktiv auf eure Kunden zugeht und sagt, hallo, du hast ja irgendwie einen faulen Zauber in deinem Depot oder trenn dich mal von dem oder überleg mal in der Schweiz noch ein bisschen Platz, geh mal dein Gold streicheln. Das macht ihr dann direkt auf zu. Bis Februar diesen Jahres war ja die Welt alles noch in Ordnung. Und dann kam mir ratzfatz, diese Corona-Krise. Und da haben wir auch gemerkt, dass die Beziehung ganz, ganz wichtig ist. Die Kunden haben uns angerufen, aber wir sind auch aktiv auf den Kunden zugegangen. Weil der Kunde hätte sowas noch nie erlebt, wir als Banken sind es nie erlebt. Und es ist ganz wichtig, dass der Austausch stattfindet. Deshalb auch ein bisschen Beruhigung für den Kunden als Inhalt der Gespräche. Wichtig ist wirklich, dass wir die Kundenbeziehung aufrecht erhalten, aktiv voneinander zugehen, uns austauschen, wenn wir die Situation reden. Ich möchte auch dazu sagen, viele sagen, Mensch, war Panik bei euch, bei der Volksbank, klar, sind die Leute durchgedreht, Verluste da, war nicht der Fall. Wir haben natürlich etliche Gespräche geführt, etliche Telefongespräche geführt, wo das Hoch der Krise da war. Aber der Markt und die Kunden hätten besonnen reagiert. Wie der Anja gerade gesagt hat, wichtig ist, schon zugute kam uns, dass wir das Vermögen schon immer beim Kunden gestreut haben. Dass man nicht alles auf ein Pferd gesetzt, nicht alles auf den Aktienmarkt, der Aktienmarkt geht runter und der Kunde sagt, oh wow, 30% im Minus. Der Kunde war teilweise überrascht und hat gesagt, Mensch, mit dem Minus kann ich eigentlich liegen. Ist ja gar nicht so schlimm, was passiert ist. Also es ist einfach nivelliert, wenn man alle Anlagenformen zusammen nimmt. Genau, richtig, dass man eine durchschnittliche Performance erreicht von den verschiedenen Anlageklassen. Es könnte auch sein, dass sich jetzt zufällig in diesem Podcast ein noch nicht Volksbank-Lahrkunde verirrt hat. Wie geht denn mit denen um, die reinkommen und sagen, ich war jetzt bisher bei so einer, keine Ahnung, Online-Kasse, aber jetzt hätte ich es ganz gern wieder persönlich. Ja, in der Tat, es passiert nicht. Also es passiert häufig, muss ich sagen. Also in den letzten zwei, drei Wochen hatte ich sehr, sehr viele Neukunden, die einfach jetzt gemerkt haben, ist doch eigentlich ganz schick, wenn ich eine direkte Person vor mir habe und nicht in irgendeiner Leitung verhungere. Gerade auch in Bezug mit Depots, Depot-Neueröffnungen. Die Gespräche dauern natürlich länger, weil ich muss ja den Kunden abholen und mich auf Stand bringen, wie ist der bisher überhaupt aufgestellt. Wie soll ich jetzt sagen, hallo, ich bin die Anja, schau mir in die Augen unten rechts, unterschreiben bitte erstmal einen Einzug von deinen ganzen Vermögenswerten, dann gucken wir mal, ihr baut das auf. Das baut schon so auf, dass man erstmal guckt, was hat er überhaupt für Erfahrungen mit der ganzen Geschichte. Klar, wenn jemand sagt, er hat ein Depot bei einer Direktbank oder bei einer anderen Bank und er überträgt, ist ja schon mal klar. Also mit Wertpapieren hat er auf jeden Fall schon mal was zu tun gehabt. Es ist wichtig zu wissen, was seine Ziele sind, wie seine Planung ist mit der Liquidität. Braucht er die nächstes Jahr? Ist das zur Altersvorsorge? Kann das fünf Jahre da liegen? Eben, wie viel Erfahrung hat er? Das Alter spielt natürlich auch eine Rolle. Um eine Vermögensstrukturierung vorzunehmen. Jemand mit 30 kann mal sagen, okay, wir nutzen mehr Chancen, wir nehmen einen höheren Aktienanteil. Du kannst es auch mal aussitzen, wenn es mal nach unten geht, wie jetzt. Wenn natürlich jemand mit 75 da sitzt, der findet es nicht lustig, wenn man dem erzählt, jetzt sitzt er mal. Das mit der Altersvorsorge ist jetzt gerade nicht so wie geplant. Den Kursabschwung auch. In 30 ist das wieder schön. Ja, so sollte das nicht sein. Und die Gespräche dauern durchaus länger, ist auch richtig so. Und auf der Basis wird dann tatsächlich eine neue Konzeption erstellt. Wichtig auch, wenn er bei anderen Instituten was hat, dass wir das auch abfragen, damit wir das berücksichtigen in unserer Vermögensallokation, also Aufteilung, damit sich da nicht irgendwelche Klumpenrisiken auch bilden. Also das Vermögensmanagement oder auch das Private Banking und die Vermögensanlage ist absolut das Geld wert bei der Volksbank, klar. Also auch dieses kurzfristige Sparen, ich gehe jetzt mal hier zum Online-Dienstleister und mache das einfach ein bisschen billiger. Und jetzt kommen die Leute wieder zu euch, verstärkt zu euch. Ist doch eigentlich schön. Ist eine tolle Sache, sind wir auch stolz drauf. Wir können auch alle Medien spielen, sagt man, wenn er wirklich im Online-Bereich tätig sein möchte, weil er zum Beispiel gebührensensibel ist, können wir auch das darstellen. Wir sind super gut aufgestellt, wir können wirklich alle Beratungen durchführen, digital, Hybridanlagen, Präsenzgeschäft, wo bei uns hier Präsenzgeschäft die überwiegende Rolle derzeit noch spielt, aber das Digitale kommt immer mehr, das spüren wir auch. Dein Platz jetzt nochmal allgemein zur jetzigen Corona-Zeit? Ruhig bleiben, ruhig bleiben, das Gespräch mit uns, mit der Volksbank, klar suchen, Lösungen. Wir müssen gemeinsam erarbeiten, wie gesagt, dass wir gut durch diese Zeit kommen. Diese Zeit wird vorbeigehen. Krisen gab es schon immer, Erholungsphasen gab es auch schon immer. Wie lange die Situation anhält, weiß keiner momentan. Aber wie gesagt, miteinander das Gespräch suchen, das ist uns ganz, ganz wichtig, sage ich jetzt mal. Und der regelmäßige Austausch. Also nicht einmal ein Beratungsgespräch führen und sagen, jetzt habe ich die Anlage gewählt, sondern man muss das wirklich überwachen, regelmäßig überwachen. Das ist ja uns ein ganz wichtiges Thema. Und vor allem ganz offen in so ein Gespräch reingehen. Also es ist nicht so, wenn ich in der Modepoutique bin, mir das fünfte Teil zeigen lasse, dann verpflichtet bin, irgendwas zu kaufen. So ist es auch nicht, wenn ich zu dir komme und sage, ich würde mir das ganz gerne mal anschauen lassen, was ich da so habe. Ich kann auch wieder rausgehen und sage, ich lasse das so, wie es ist. Ich muss da keine Verpflichtung haben. Und dann Angst, oh nee, jetzt muss ich da irgendwas umschichten. Oder das geht eh bloß um Provisionen und sonst diese ganzen Geister kann ich vertreiben. Nee, um Gottes Willen wäre ja schrecklich. Also das passiert auch sehr häufig, dass man nicht nachjustieren muss, weil einfach die Strukturierung genau noch reinpasst ins Marktsszenario. Provisionen bemerkt bekommen wir sowieso keine. Also ob der Kunde jetzt einen Fonds abschließt oder nicht. Kann man nicht oft genug sein. Das hält sich wacker immer noch. Ja, ja, das hält sich wacker. Ich habe einen Abschluss gemacht, die kaufen sich jetzt einen Pool davon. Ja, von wegen. Nein, nein, also so ist das nicht. Und das wäre auch nicht zielführend, auch nicht für den Kunden. Also die Beratung ist sehr oft, dass man nicht nachjustieren muss. Im Moment hat man vielleicht mehr Bedarf, weil das Marktumfeld sich ja extrem geändert hat. Aber es ist jetzt auch schon abzusehen, dass wenn man jetzt sich defensiver aufstellt, dass man das wahrscheinlich in ein, zwei Jahren auch wieder nachjustieren muss. Aber keinesfalls muss immer irgendwas passieren, wenn der Kunde da war. Zu Beginn hast du dich vorgestellt, Anja, als ein Mensch, der schon sehr früh gewusst hat, dass er irgendwann mal in der Bank landen wird. Es soll ja auch das Ganze ein bisschen menschlich rüberkommen hier beim Hashtag Fobatalk. Hast du dich in deinem Leben schon mal irgendwie komplett verzockt? Und sei es in einem Casino gewesen? Oder irgendwie damals beim Neuen Markt irgendeine Schundaktie gekauft, weil das damals so ein tolles Firmenlogo war und damals gedacht hat, jede Firma geht an die Börse, alles wird gut? Oh ja, ich habe mich ziemlich verzockt. Ich hatte sehr früh dann angefangen, da brauchte ich meinen Opa noch, ich war nicht mal volljährig, auch mit Optionsscheinen. Das lief auch bomben gut und ich habe wirklich auch richtig ordentlich was auf die Seite gekriegt. Ich habe alles immer reinvestiert, was ich verdient hatte. Ganz brav, nichts rausgenommen und so mit dem Ziel, so jetzt noch ein, zwei Mal. Das hat schon ein bisschen Spielbankcharakter gehabt. War es dann tatsächlich Puff, so gut wie alles weg. Ja, also die Erfahrung habe ich, deshalb, das kommt von Herzen aus Erfahrung, sehr authentisch, auch wenn ich junge Kunden habe, die ganz neu anfangen. Also ich erzähle denen das auch immer, wenn die zu euphorisch werden, muss man die auch oft mal auf den Boden zurückholen und sagen, Stopp, es geht auch in die andere Richtung. Aber es muss auch jeder seine Erfahrungen machen, also insofern. Aber klar, habe ich das, aber ich habe gelernt, sehr gut, schnell gelernt. Welche Erfahrungen waren es bei dir, Frank? Ja, ganz klar, habe ich natürlich auch mal in die Tüte gegriffen und das Ganze ging bergab. Da ist ja gerade ein Neumarkt, wo du gerade angesprochen hast, sagst du mal, da ist ja gezockt worden auf Teufel komm raus. Man hat teilweise gar nicht gewusst, wo man investiert ist. Dann kam die Deutsche Telekom, kenne ich mich, 1996 kann mich noch gut erinnern, wo die Volksaktie rauskam, die dann mit D-Mark zeichnet, ich weiß nicht, um die 20 D-Mark gestartet ist, dann mal über 110 Euro hochgegangen. Keiner hätte sie verkauft in dem Bereich. Ich hatte damals das Glück, ich habe auch Telekom-Aktien gekauft, hatte damals das Glück, dass ich eine Immobilie erworben habe und das Geld gebraucht habe und rechtzeitig aus dem Markt ausgestiegen bin. Aber verzocken gehört dazu, wie die Anja gerade gesagt hat, es ist keine Einbahnstraße, es geht nicht immer noch bergauf. Man muss auch mal Krisen überstehen können. Damals tatsächlich bei dieser neuen Marktgeschichte habe ich mir irgendwelche Aktien von Laien BioScience gekauft, weil ich Sternzeichen Löwe bin. Und da dachte ich, Laien, das passt gut dazu. Das war das Papier nicht wert, auf das gedruckt wurde. Möglicherweise wären die heute dran und würden den Corona-Impfstoff entwickeln, aber ich glaube, die Firma ist mittlerweile platt. Also so viel zum Thema, das macht euch authentisch. Jeder langt auch mal daneben und das ist glaube ich das, was euch greifbar und begreifbar macht. Vielen Dank, liebe Anja, lieber Frank, für den Einblick in die große Welt der Vermögensanlage. Wir werden sicherlich das letzte Mal, dass wir über dieses Thema sprechen. Wir bleiben auch sogar bei diesem Thema. Nächste Woche haben wir einen der Chefeinkäufer von Union Investment da, die dafür sorgen, dass das in die Fonds reinkommt, was da auch rein muss und das rechtzeitig rausgeschmissen wird, was nicht so toll ist. Wir werden Fragen stellen an Benjamin Gärtner. Er ist Leiter vom Portfolio Management Aktien bei Union Investment. Das demnächst hier beim Hashtag Fobartalk und an dieser Stelle. Dankeschön euch beiden und bleibt gesund. Vielen Dank. Dankeschön, du auch. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns schon riesig auf den nächsten Fobartalk. Wenn ihr Lust habt, dann abonniert uns und lasst uns eure Bewertung da. Ihr findet uns auf allen bekannten Kanälen. Ciao und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.